Im Menü des Restaurants Flamingo stehen mehr als 350 Gerichte, einschließlich 190 Erstergänge, mehr als 100 Salate und kalte Küchen. Denn gestern wird es vorgeschlagen, 11 Erstergänge, 24 Gänge aus dem Schweinefisch, 13 aus dem Rindfisch, 11 aus dem Huhn, 130 aus dem Fisch sowie 12 Beilagen. Es ist auch unmöglich, etwas von mehr als 100 Nachttischen nicht zu probieren.